Das haben nur wenige Leute gesehen. Und zwar haben dort die beiden Ex-Musiker von The KLF, Bill Drummond und Jimmy Corti, eine Million britische Pfund in kleinen Scheinen verbrannt. Das Geld stammte aus ihren Erfolgen als The KLF. Sie haben mehrere Nummer 1 jetzt geschrieben, nachdem Sie in Ihrem Manual erklärt haben, wie man Nummer 1 jetzt schreibt. Sie haben diese Aktion nie erklärt. Es gibt ein 23-jähriges Moratorium, das Sie sich selbst auferlegt haben. In der Zeit dürfen Sie nicht darüber sprechen. Wir haben versucht, Bill Drummond und Jimmy Corti einzuladen. Und Sie haben gesagt, mit Verweis auf das Moratorium, Sie konnten nicht. Aber wir haben jemanden eingeladen, der damals dabei war. Gimpo. Und ich bin ziemlich glücklich, um Ihnen zu erinnern. Gimpo. Ich bin sehr glücklich, um Ihnen zu erinnern. Gimpo. 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 Und lure Blfinder World and we ran in London to Scotland to do it. I was living in a Fridays front of this forse pane for five hours thinking about this million pounds. One of my ideas was hope he'd killed a Bill and Jimmy and throw 200,000 in the sea. Ich habe mich über 60,000 auf dem Island gelegt, um 200,000 auf dem Polizei zu sagen, sie waren über die Möden, die sich über die Möden umgebracht haben und sie gehen. Und sie gehen nach 10 Jahren und so weiter. Diese Ideen sind wir, wie wir uns nicht mehr überlegen. Aber in der Ende, wir haben uns nicht gemacht und wir haben uns überlegt, um die nächste Zeit zu gehen. Die Idee war, die Idee, um die Hillen zu machen, um die Skottische Island zu machen. Und dann nach einem Stunde, nach einer 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 Stunde. Und er sagt, komm, wir machen es jetzt. Und jetzt bin ich halb ins Bett. Und in den Tagen hat er mich in den Auto und dann hat er es geschafft. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe einen abgibeltet, und dann habe ich einen abgibelt. Und dann habe ich ihn mit einem der Bremsschrauben. Ich hatte einen abgibelt. Das war so 50,000. Ich habe einen halb in London. Und dann sehen wir den anderen halb. Und dann meine Freunde will wissen. Dann werde ich mich nicht zu haben, aber dann habe ich mich etwas zu verabschiedet. Wenn ich eine andere Halbsterbeine ansteh' mich, dann habe ich mich auf die Hände herausgefunden. Ich habe ihn zurück ins die Bund, und dann hat er mich da fest zu sehen. Und dann habe ich ihn nicht gesehen. Ich wollte es nicht. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. Das ist ja nicht geil, ich hab's schon abgeholt. Okay, das war jetzt in der Action, die dort stattgefunden hat und die wir gleich noch sehen. Bill Drummond und Jimmy Corti haben ein Moratorium verabschiedet und nicht darüber sprechen. 23 Jahre, ich denke. Warum ist das? Warum ist das ein Moratorium? Warum wollen sie nicht darüber sprechen? Aber wenn sie erst angefangen haben, die Leute zu wissen, warum. Und da gibt es keine Grunde, warum. Aber die Leute von der Politik und die Politiker haben, und die Leute zu wissen, weil es etwas über Food ist. Und die Leute zu sagen, dass es eine Art Statue ist. Aber es gibt keine Grunde, warum. Es ist nur weil sie das gemacht haben. Es ist nur die ersten, ich denke. Das ist die Grunde heute. Das alte Argument der Kunst, warum haben sie es getan? Weil es vorher noch niemand getan hat. Do you know if they ever regretted it? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du musst wagen für den Morgen. Für einen kleinen Moment. Aber dann, nein. Ich habe gesehen, dass Jimmy jetzt seine Kinder hat. Und ich habe gesehen, dass er einen Sonntag hat. Und ich habe gesehen, dass er einen Sonntag hat. Und er hat einen Xbox auf ihn gesehen. Und ich habe gesagt, hast du wirklich das Geld verbrannt? Und er sagt, ja. Und du willst mir noch einen Xbox? Also, wir sehen uns jetzt nicht bereut. Aber Jimmy Cortys Kinder, die den bekommen haben, fragen jetzt schon mal, hast du wirklich das Geld verbrannt, Vater? Wenn du es jetzt so hättest, könntest du mir dieses verengesteuerte Auto kaufen. Also, es ist ziemlich günstig, wenn du dich in der Show und den Film verbrannt hast. Wir haben ihn verbrannt, weil wir wirklich wollten ihn sehen und haben ihn hier. Ist das ein bisschen paradoxal? Dass es so hochwertig ist, für einen Film zu zeigen, wo 1.000.000.000 ist per? Ja, ja. Es ist paradoxal, aber der Geld ist nicht zu ihnen. Der Geld ist zu mir, jetzt. Der Geld ist, wenn du nicht viel Geld hast, dann wirst du es nicht genug genug für die Leute zu kommen und sehen es. Und wenn du es für nichts machst, dann werden die Leute einfach zu fragen. Wir sind froh, dass du hier bist, natürlich. Ja, ja. Was machst du hier für ein Leben? Jetzt? Nichts. 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 Das ist was Tom Oshkinen zu sagen. Ja, wenn ich listening zu Tom habe, ich bin auf der richtigen Weg. Ja. Ich bin auf dem Film auf dem Film auf dem Film für 23 Jahre, von einem bestimmten Tag. Und das ist etwa 12 Jahre von dem Film. So, wenn ich den Film habe, ich habe meine Kamera, und wenn ich jemanden habe, oder eine Opinion, dass sie mir sagen, was sie sehen, dann werde ich mich auf morgen, zwischen 9 und 11 Uhr, in dem Film, die Videocamera, die Tom hat. und wenn jemand hat, definitiv zu tun, dann würde ich es geben, dann würde ich es mir geben, dann würde ich es irgendwo oder was, dann könnte ich mich gefragt, dass ich einen Film für mich Aber ich hoffe, dass jemand anderes möchte einen Film für mich machen, und ich könnte auf dem Film stehen. Also, ähm, Gimbo erhält eigentlich nach, was mit diesem Film passiert, mit dieser Idee, und, ähm, wird auch morgen noch hier sein, tagsüber, und hätte gerne Reaktionen von Menschen, die sie den Film hören und diese Aktion und dokumentiert das, und so wird es fortgeschrieben. Ähm, When will you have made the first million?